Was gibt es im Rahmen des Testaments? Verschiedene Möglichkeiten gibt es im Rahmen des Testaments. Da kann ich Verfügungen treffen als Patient, was zum Beispiel für eine Art von Begräbnis stattfinden soll. Wie meine Lebensumstände, die ich bisher gehabt habe, wie die aufgeteilt werden sollen auf die Angehörigen oder auch auf nicht angehörige Personen. Also das ist ein sehr weites Feld, was da offen steht. Und da ist es wirklich sehr wichtig, dass man sich rechtzeitig an einen Notar oder einen Rechtsanwalt wendet. In Österreich ist es derzeit so geregelt und es wird auch so bleiben, dass der Nachlass grundsätzlich einmal, also das sind die Vermögenswerte, die nach dem Tod eines Verstorbenen vorhanden sind, dass dieser Nachlass grundsätzlich einmal dafür da ist, dass auch die Begräbniskosten aus diesem Nachlass gedeckt werden. Wenn das Erbrechtsverfahren sehr schnell gehen sollte und schon ein Erbe eingesetzt ist, dann ist auch der Erbe derjenige, der für diese entsprechenden Bestattungskosten aufkommen kann. Es kann durchaus auch sein, wenn kein Vermögen da ist, dass es auch eine Art soziales Begräbnis gibt. Das sind die Gemeinden und Länder bei verstorbenen Personen, wo es kein Vermögen gibt. Die treten dann in diese Position ein und übernehmen die Kosten eines würdigen Nachlasses. Begräbnis dass